Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschafts-Simulator 22. Ich biebele meine Schaltchen von der Test Area und ich habe wieder eine kleine Mod Vorstellung für euch und zwar im Bereich Fahrzeuge bei den Mähdreschern. In meinem Fall wieder ganz hinten haben wir von Austria Agrar von Manfred den New Roland CH 770 für 265.000. Wir gucken mal eben schnell auf das Original. Das ist ja nämlich auch hier. Anschaffungspreis 265.000. 374 PS, 670 Liter Diesel Tankvolumen, 30 km Höchstgeschwindigkeit, 9300 Liter Volumen im Bunker bei 13,8 Tonnen. Und jetzt gehen wir mal rüber zum Mod. Da erinnert sich ein bisschen was. Und zwar haben wir hier 874 PS. Wir sind bei einer maximalen Höchstgeschwindigkeit auf der Straße von 46 km und wir haben ein Bunker Volumen von 35.000 Liter. So, gucken wir uns das gute Gerät an. Wir können hier verschiedene Reifenhersteller wählen. Und wir können je nach Hersteller auch Reifenvarianten wählen. Wir können Hauptfarbe aussuchen. Wir können eine Designfarbe aussuchen. Und wir können eine Felgenfarbe aussuchen. Ist jetzt nur, ne? Damit man den Unterschied, den Kontrast sieht. Ich weiß. So was beißt in den Augen und tut weh. Kennzeichen natürlich auch wieder personalisierbar. Und wir gucken uns im Original an. So, da steht das Schmuckstück. Das sind also, ne? Riesen. Riesen-Dinger. Beinahe schon haushoch, möchte ich sagen. Ja, Texturqualität ist natürlich wieder LS22 Standard. Unschlagbar. Kann man nicht meckern. Leider kann man die Leitern natürlich nicht betreten. So, ich starte den mal. Es ist ein Turbo. So, Innenansicht natürlich. Hier wieder LS22 Standard. Da wurde nichts verändern. Er ist drinnen auch deutlich leiser als draußen. So, aufklappen. Sounds sind da. Wunderbar. Das Rohr. Astrain. Alles so, wie es muss. Ihr Lieben. Das war's wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Der Manfred und ich freuen uns natürlich schon wieder auf eure Kommentare. Manfred ist der Mann hinter aus der Agrar-Modde. Wenn es euch gefallen hat, dass gerne einen Daumen nach oben da. Oh, mit Kamera. Ah, GPS-Sensor. Okay. Okay, 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 okay. Ich war bin und bleib der Schalte von der Test-Area und bin damit für heute raus. Was gut auf euch auf. Bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich am wichtigsten ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.